Dieser Typ gab Hertha BSC 374 Millionen Euro. Doch was zur Hölle hat Hertha mit dem Geld gemacht? 2019 kam Lars Winters zu Hertha und wollte helfen, Hertha zu einem Big City Club zu machen. Weiß nicht, ob jetzt zweite Liga jetzt wirklich so Big City Club mäßig ist. Aber naja, was hat das Hertha Management mit der ganzen Kohle gemacht? 100 Millionen Euro um Schulden zu tragen, 130 Millionen Euro für Transfers. Die ganzen Gehälter erwähnen wir einfach mal nicht. Ich frage mich ernsthaft, was soll das? Auf Papier hat Hertha einfach nur Geld verbrannt. Warum haben sie nicht einfach einen Teil des Geldes genommen, um damit eine Baufinanzierung für ein neues Stadium zu beantragen? So hätte man die Passiva gesenkt und die Aktiva wachsen lassen. Leute, habt ihr eine Erklärung für diesen Blödsinn? Ich kann euch nur folgendes sagen. Da viele Mitarbeiter von Hertha gekündigt wurden, habe ich das ein oder andere E-Mail erhalten, wo zu diesem Thema Stellung genommen wird. Was ich euch nur verraten kann, wenn ihr euch das durchliest, habt ihr ein paar Gewinnzellen verloren.